hallo liebe noppensteinfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen video bei pauls klemm baustein heute kümmern wir uns mal wieder um human und zwar die set nummer 11 37 das golden chinese cuisine restaurant hat 26 minifiguren eine katze und ein roller und wie sich das ganze aufbauen lässt ob es spaß macht und das fazit von der ganzen geschichte seid gespannt schauen wir uns zunächst einfach mal den karton so sieht es von vorne aus die riesengroßen abenteuer der rückseite wie gesagt katze dabei motorrad dabei sechs figuren an sich und zwar sieht man die hier oben auch ja ansonsten die üblichen warnhinweise steht also nichts weiter groß drauf 700 teile hat es 96 teile ich habe es gesehen für knapp 40 euro ich verlinke euch das mal unten in der video beschreibung die shops aber da schaute mal eins kostet 40 beim anderen kostet 45 oder irgendwie sowas aber ich gehe mir vom niedrigsten preis aus macht dann ungefähr einen preis von 4,9 cent pro stein ja ich bin mal gespannt was uns da alles erwartet ich meine gleich mit griff ist ja nicht schlecht zum einkaufen und wir machen das ganze mal auf und schauen die kleben sie auch immer so toll zu wahnsinn und schauen was uns da alles entgegen fällt wenn wir es dann aufkriegen aber ich weiß nicht warum die das so dermaßen zu bischen da das ist also zu kleben es ist schon echter wahnsinn das ist ja nicht so dass ich die kartons unbedingt behalten will aber aufgehen sollte es schon etwas einfacher da ist also ein innenkarton mal sehen ob ich es richtig rum habe natürlich nicht also drehen wir mal das ganze dann haben wir also den karton hier oh je ich schaue aus es ist in bauabschnitten unterteilt das finde ich schon mal sehr gut insgesamt haben wir sechs bauabschnitte eine grundplatte zwei drei grundplatten die anleitung schauen wir uns gleich genauer an und eben diese ja das ist so eine da kann man halt so eine stadt bauen und das ding ist obwohl das so schön da reinpasst in den karton trotzdem wieder ihr seht schon ziemlich gewölbt hier weiß nicht ob man das gerade klingen würde aber egal also ich baue sowieso nicht auf diese komische platte hier also von daher ist es egal okay dann würde ich sagen packe ich mal den ersten bauabschnitt auf meine teller und verändere die kamera einstellung und zeigt euch die anleitung genauer also bis gleich so ihr seht hat alles auf drei teller gepasst typischer human teile trainer ja die anleitung dazu rest zeige gleich die anleitung dazu klammer gebunden und sticker bogen warum aber gut ich verstehe auch gar nicht warum das ein sticker bogen ist ich meine die schaffen sie auch hier die teile also die körper hier zum beispiel auch zu bedrucken die shirt ist ja alles bedruckt funktioniert ja auch warum muss ich mir das dann ich weiß nicht warum muss ich da so ein sticker bogen machen es ist ja nicht viel aber mal sehen ob ich sie dran mache ich weiß es noch nicht es kommt darauf an wenn es über mehrere fließen geht dann mache ich das eigentlich nicht so gerne ok also auf der ersten seite wird schon mal gezeigt wie der teile trainer zu handhaben ist und ja manche wissen es vielleicht nicht und es werden die sechs figuren zusammengebaut und der roller und wie ist es hier gemacht das mal schauen okay das ist auch bei human so dass alles was gebaut ist ist ausgegraut und der rest ist farbig gemacht ja und wir haben jetzt mal gucken insgesamt 58 seiten und 61 bauschritte so wie es aussieht genau naja so und was gibt es hier noch zu zeigen ja also der roller das ist hier so ein formteil klar ich meine wenn sie jetzt mal ein bisschen fokussieren würde fände ich das echt klasse aber das ist anscheinend das problem dass ich die teller dann immer hier so drunter stehen habe oder im bild stehen habe und dann fokussiert ist es darauf jetzt machen wir es mal so jetzt habe ich nichts mehr hier stehen und dann schätze ich mal müsste es auch funktionieren genau geht doch so also das ist das formteil von diesem roller hier aber richtig fokussieren tut es auch nicht dann die eine von den frisuren ich meine man sieht schon da passt mein zeigefinger drin und ich habe jetzt nicht gerade kleine hände also das sind schon ziemlich große köpfe also das muss man schon sagen aber das kennt man ja von human also hier halt jetzt verkehrt um sondern das sind schon aus dem kopf die ziemlich krimmig ja was ist hier noch zu sehen das ist anscheinend die was ist denn das hier die katze oder muss die ja zum beispiel gar kein gesicht oder das ist ein affe oder was soll das sein keine ahnung kann auch ein affe sein ich weiß das gar nicht ja und ansonsten türen der helm ich würde sagen und hier wird steckt also das heißt bestätigt doch messergabel und ein pfannenwender junge junge es ist mit dem fokussieren das ist ja was nerviges so okay also ich würde sagen ich lege jetzt einfach mal los und dann melde ich mich wieder wenn es was neues zu berichten gibt so wir haben jetzt schon mal die figuren zusammengebaut und den motorweiler ihr seht es so sieht der ganze aus ist ganz gut gelungen das einzige was mich da ein bisschen stört sage ich mal ist es kann sich ja keiner draufsetzen weil hinten ist die kiste drauf da kommt übrigens würde ein aufkleber drauf kommen aber die mannequin wieder drauf müssen müssen sich wohl hinstellen beim fahren weil ein sitz gibt es da nicht aber gut dann habe ich hier noch ein kopf keine ahnung keine ahnung ich weiß nicht warum den habe ich zweimal wenn ich zu nah rangehe dann fokussiert das anscheinend gar nicht beziehungsweise ist es wieder unten beziehungsweise ist es wieder unten lieferantin von der roller fahrerin der ist dann aber warum der zweimal dabei ist ich habe keine ahnung also so sehen jetzt die figuren aus ihr seht schon die köpfe sind doch sehr groß also ich finde die die figuren an sich sowieso sehr gewöhnungsbedürftig einige finden sie schön und die anderen nicht so also ja ich weiß nicht für mich ist es so mittelmaß ich bin da eher so lego fan also was die figuren so angeht irgendwie sprechen die figuren nämlich nicht so an aber gut und von hinten noch kurz wie gesagt das ist alles bedruckt naja und dann wollen wir mal weitermachen so bauschritt eins haben wir schon abgeschlossen so viele teile waren das ja auch nicht und wir haben schon einiges geschafft erst mal zur tür perfekt die geht einwandfrei die fällt nicht zu die fällt auch nicht auch von alleine auf hervorragend dann gehen wir mal zur einrichtung und zwar haben wir hier einmal eine karotte schon gebaut die sieht man da drin mehr gibt es ja nicht zu essen eine karotte das beil hier dran und hier ist der pfannenwänder den haben wir daran dann mit einer kleinen pfanne den grill hier ist eigentlich wirklich ganz putzig gemacht dann haben wir hier schon die kasse hier hier da soll dann auch ein aufkleber drauf ich kann denjenigen zeigen der da drauf soll der unten mit den zahlen der sollte eigentlich da drauf aber ich lasse das alles weg habe ich beschlossen ja die goldene katze habe ich jetzt also gelernt das gehört ja auch zu jedem china restaurant irgendwie dazu das ist so eine glückskatze wahrscheinlich dann naja und dann schon mal vier stühle dass die leute da sitzen können und ich muss sagen das macht bis jetzt spaß ja und die klemmkraft ist gut also da kann man nicht meckern das hält frei hätte ich gar nicht gedacht dass das so gut funktioniert jetzt möchte ich noch kurz was zur anleitung sagen und zwar das finde ich natürlich auch mega gemacht sehen dass das fokussiert wieder jetzt und zwar seht ihr hier die vier teile die wir da einbauen müssen oder hinstellen müssen und das haben wir mit diesen schwarzen punkten gemacht dass man da weiß aha vier mal dahin drei mal dahin also vier drei und so in diesen abständen soll es halt gemacht werden da brauchen wir nicht groß zählen das ist eine klasse idee finde ich gut und auch ich muss mal kurz blättern hier nochmal zum schluss glaube ich war das ja oder hier auch man muss nicht zählen ja da steht einmal acht bei diesem stein hier unten und sowas finde ich natürlich klasse ich meine gut ich kann zählen aber ich finde es nicht schlecht wenn man das so macht weil wenn es kleinere kinder aufbauen ich glaube das war ab sechs ist es für die auch einfach zu machen ja ab sechs ist es es ist für die auch einfach also das finde ich gar nicht mehr so schlecht die idee ok ok dann werde ich mal die zweite tüte schon aufreißen und wir machen weiter so bauschritt zwei beziehungsweise bauabschnitt zwei haben wir abgeschlossen erstmal bin ich ein bisschen verwirrt denn das ist übrig einmal ist es ja die dunst abzugshaube hier und dann noch vom tisch so ein halber ja und diese ist auch unter der dieser knopf da das ist auch unter der dunst abzugshaube verstehe ich nicht und ihr seht schon hier ich habe jetzt die aufkleber doch angebracht fehlen hier welche weil ich denke dann doch ich zeige euch erstmal eine rolle hier da habe ich das jetzt drauf gemacht das mit den stäbchen hier genau und hier auch denn ich denke jetzt auf den teller sollte schon was sein auch an der kasse sehe das habe ich jetzt auch aufgebracht immer wenn ich sie schon aufbringen dann bringen sie alle auf also habe ich es auch an der kasse ja mit drauf gemacht ja was noch also das ist genial gemacht hier das ist ja so ein drehteller hier das kennt man ja vom chinesischen restaurant das dann dass man das hier dann drehen kann was ich ein bisschen doof finde ist eigentlich die haben hier diese sets da liegen die vier stück passt aber nicht zu den stühlen weil dann hätten wir den tisch werden den kann man nicht anders hinstellen das geht nicht und dieses setz kann man auch nicht so hinlegen dass die dann hier passend dazu sind aber gut das sind nur so kleinigkeiten was ich vorher noch vergessen habe hier unten drin ist mal sehen ob ich das so halte hier unten drin hier seht ihr das mit der weißen tür das ist also noch ein schränkchen und da wenn ich jetzt auf die ich jetzt nicht auch da ist auf jeden fall messer und gabel drin so dann haben wir die küche noch ein bisschen weiter gebaut und da wir die karotte drin liegt ist also jetzt ein das ist wissen wir jetzt auch was das ist ein waschbecken weil er da ein wasserhahn ist genau dann haben wir noch hier ein fenster angebracht oder fensterläden die auch sehr gut auf und zu gehen und nicht von alleine auf und zu gehen und dann ich denke das ist hier glaube ich so das sollen so reißbällchen wahrscheinlich sein die haben wir hier auch noch das gehe ich mal davon aus dass der straßenverkauf dann hier ja ist doch schon ganz nett geworden finde ich das einzige das ging hier fällt immer raus von dieser schale da was auch immer das sein soll keine ahnung aber das teil da das gelbe das fällt immer raus also wenn man es zu schräg hält so ne alles klar aber das ist jetzt nicht so tragisch ja ansonsten wie gesagt das lässt sich schön bauen und macht auch spaß und ich denke für ein sechsjähriges kind ja zum bespielen später ist es nicht schlecht ach ja wir haben ja noch das habe ich noch ganz vergessen hier noch eine eine ventilator angebracht hier ne ist ja klar sonst habst du es sauber muss natürlich auch ein ventilator sein meine güte das ist dann alles nicht so stinkt da drin so bauabschnitt 3 ist auch fertig wir haben jetzt hier schon das vordoch markise was auch immer rein gemacht ein hydranten und da ein paar scheiben die versuche ich euch mal ein bisschen näher zu zeigen wenn es denn geht also im großen und ganzen sind sie klar sie waren nicht extra eingepackt aber haben auch kaum kratzer trotz allem ihr seht schon man kann also ganz locker da durch gucken wenn es nicht so blendet ja dann gehen wir weiter rüber und ihr seht auch da habe ich jetzt die aufkleber angebracht das blendet ganz schön mit dieser diese studiolampe da die katze ist auch schon da das menü schild und am eingang diese zwei chinesischen schriftzeichen ja und da oben noch ein paar gold mehr so einmal 1 round gold dinger da keine ahnung wie die heißen ansonsten ist ja eigentlich nicht viel passiert innen hat sich jetzt auch nicht mehr so viel getan bis auf das gitter hier und ach ja doch dann ist hier noch ein bilderrahmen oder ich weiß gar nicht was das da sein soll also ein bild oder ja und dieses gitter was dann noch ist als schutz dass man nicht gleich wenn man reinkommt die leute beim essen sieht cool gemacht ist ja schon finde ich das hat schon was es ist ja auch gespielbar ist ja glaube ich hinten dann alles offen und von daher ist es also für kinder definitiv was schönes und ich mache jetzt auch gleich weiter mit bau abschnitt 4 es geht eigentlich relativ zügig weil dadurch dass es alles so gut unterteilt ist man hat meistens nur zwei teller und das geht eigentlich relativ flott also bis gleich bau abschnitt 4 ist auch abgeschlossen und ja so langsam muss ich sagen wird es schon jetzt muss ich schon weiter weg gehen dass man das ganz sieht wir haben jetzt also auch angefangen ein paar lampen noch anzubringen hier ne quatsch auf der anderen seite da oben seht ihr das ist ein geländer das vordach hier und die ich denke das wird so eine terrasse da sind hier schon mal auch ein paar stüle und tisch ja das macht schon was her jetzt langsam wenn du nicht immer das ding daraus sein würde da hinten so schaut das jetzt von hinten aus also es ist schon ja also wie gesagt man kann es ja dann bespielen also hier figuren reinsetzen dann und vielleicht ein koch rein stellen oder irgendwas machen also das funktioniert schon ganz gut denke ich also von daher glaube ich schon dass es auch für kinder geeignet ist und was ich noch sagen wollte hier ist die tür also die geht auch gut auf und zu ohne dass sie zufällt und da ist es mal sehen ob das geht da ist das glas schon drin bei den meisten muss man das glas dann irgendwie einsetzen also die fensterscheibe oder türscheibe in dem fall aber da ist es also schon drin gewesen das ist schon richtig fest ist auch nicht schlecht da haben wir anscheinend noch so einen blumenkasten oder was das da sein soll naja dann würde ich mal sagen machen wir mal bauabschnitt 5 weiter und so viel ist es ja jetzt nicht mehr dann kommen wir langsam zum ende so und wieder haben wir einen bauabschnitt abgeschlossen und zwar bauabschnitt 6 unsere obere etage wird langsam auch fertig quatsch nicht bauabschnitt 6 bauabschnitt 5 abgeschlossen bauabschnitt 6 und der letzte der kommt jetzt dann so okay also nochmal von vorne wir haben also bauabschnitt 5 abgeschlossen und unsere obere etage wird langsam fertig hier jetzt den das finde ich halt genial gemacht diesen diesen ja diesen kreis diesen durchgang oder was das sein soll und das sieht man ja oft in china restaurants dann hier diese palmen rechts und links ist auch schön gemacht hier haben wir jetzt den nächsten sticker dran also hier ist erstmal ein fenster und wartet mal wo ist er da hier ist er noch ein schönes bild jawohl die tische bzw den tisch hier hat man ja schon und auf der anderen seite haben wir jetzt auch noch einen zwei gläser und so ein reis bällchen oder was das sein soll unten das haben wir ja schon erledigt und nun gucken wir nochmal von vorne da hat sie nämlich auch noch ein bisschen was getan und zwar haben wir jetzt die ganzen verziehungen hier oben kann man das überhaupt so sehen das ist blöd ne mal sehen wie dass ich das hinkriege ohne also hier sind so hier kann man es sehen so hängt da zwei fische hier dran das ist eigentlich ganz putzig gemacht auch ja und halt sonst die Verschnörxelungen und Verzierungen und ja ich finde das schaut echt nicht schlecht aus und ich muss auch sagen für das Geld also wie gesagt das waren so um die 40 Euro kann man eigentlich nicht meckern und ich denke da wird sich jedes Kind auch drüber freuen über so ein kleines China-Restaurant finde ich klasse so das war's unser kleines goldenes chinesisches Restaurant ist fertig wir haben jetzt 796 Teile verbaut das hier ist alles übrig das ist schon eine Menge vor allem so große Teile wundert mich eigentlich ja der Roller ist klar ich habe jetzt die Figuren mal so ein bisschen reingesetzt hier herangemacht das schaut ein bisschen lebhafter aus ich zeige euch jetzt nochmal die Dachterrasse wie sie fertig ist hier mit einer Ampel noch Fußgängerampel und oben noch ein paar Kirschblüten Pflanzen keine Ahnung da habe ich auch den einen reingesetzt das ist ja so eine offene Terrasse also auch von oben her das ist eigentlich ganz schön gemacht von hinten das ganze noch dass es schön bespielbar ist und die Seite und von vorne jetzt schauen wir mal das wollen wir das ganze nochmal ausmessen wie groß das eigentlich ist das würde mich interessieren wir haben da eine Breite von 27 cm eine Höhe von 20 knapp und eine Tiefe von 13 ja wie gesagt also das war ein entspanntes Bauen klar ich meine das ist ab 6 Jahren was soll jetzt da schwierige schwierige ähm schwierige Bauweise sein das wäre ja Quatsch nein das ist ein schönes Set so für Kinder also ich finde das klasse man hat echt Spaß gemacht zu bauen ja das einzige wie gesagt was mir also nicht so gefällt das sind halt wirklich diese Minifiguren also die Köpfe äh ne das ist das passt auch überhaupt nicht richtig weiß ich nicht zu dem Gesamtbild also wenn ich mir den hier vorne angucke was der für einen riesen Kopf hat äh das ist ja schon fast groß wie das ganze durchreiche Fenster von der Küche da weiß ich nicht finde ich ein bisschen arg übertrieben aber ansonsten wie gesagt der Bauspaß war da und das ist doch das Wichtige ja liebe Doppelsteinfreunde das war es doch schon wieder für heute 796 Teile sind verbaut Steinepreis pro Teil circa 4 Cent 4,9 Cent um genau zu sein ähm ich habe jetzt circa naja ganz entspannt eineinhalb Stunden ungefähr gebaut ähm und es war wirklich wie schon gesagt ein entspanntes Bauen und hat Spaß gemacht was gibt es sonst dazu zu sagen es ist halt schon recht bunt aber ich glaube das sind diese Sachen von Cuman von der Colorful City Reihe im Allgemeinen äh dass sie recht bunt sind ich meine wir können das ja da hinten mal nach sehen ne schaue schon relativ bunt aus alles aber das ist halt für denke ich mal kleinere Kinder gemacht worden und die haben mit Sicherheit ihren Spaß daran also auch hier so eine kleine Sachen wie hier die Tauben die hier sitzen oder eben diese Kirschblüten oder was das sein soll keine Ahnung diese Details diese Verliebtheit in die Details finde ich echt klasse also es hat hat was doch und ich denke kleinere Kinder freuen sich darüber bestimmt ich wollte es ja nur vorstellen meins ist es an sich nicht ich werde es jetzt wieder abbauen und ähm ich freue mich dann auf jeden Fall wieder auf modulare Gebäude das ist eher meins oder Fahrzeuge irgendwas findet sich schon ich habe noch genug da und ich hoffe euch hat das Video gefallen würde mich freuen wenn es euch gefallen hat ihr wisst es Daumen nach oben und ein Abo da lassen und ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder bleibt gesund baut was schönes und ich sage tschau euer Paul bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal